Willkommen zum zweiten Teil meiner Patagonienreise hier in Argentinien. Ich bin inzwischen im Tierra del Fuego Nationalpark angekommen und der ist dafür bekannt, dass er ganz im Süden Argentiniens liegt. Die südlichste Stadt hier heißt Ushuaia. Gleich in der Nähe ist der Nationalpark und der ist dafür bekannt, dass man hier das Wasser, die Berge und den Wald hat und was könnte man hier cooleres machen als wandern. Habt ihr Lust mitzukommen? Machen wir uns los! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020